und er nimmt jetzt Kohle da der ja und aus Versehen nimmt er zwei er hat einmal reingegriffen in das Kohlefach so dann hat er jetzt hier rein das Chicken und muss hier oben hin hier unten die Kohle eine natürlich nur das macht er jetzt er will sich darunter laufen dann will die Bestellung weiter machen dann wirft er das hier hin und da war jetzt einer am Ende des Tages es ist er und im Rhein so wird alles ein was hier unten hingeschwommen ist das findet natürlich nach einer Zeit Zeit so war schon fertig so war dann kommt da das Jahr eigentlich müssen noch ein Loch hin wo der das durchschiebt und das gleiche ich bin erster durch und wir bekommen jetzt unser Getränk ein Cookie unser Brot so war dann wir rin